Es hat keiner gesehen, wie ich vorhin in das Whiskyglas gepinkelt habe. Ich habe einen Steifen. Das heißt was? Notgeil? Hey. Kannst kaum halten. Mix dir ein. Tja. Du kannst auch hier auf den Tisch spritzen oder auf den Boden. Kannst mir einen Blasen. Na ja, hab starken Blasendrang. Hab in dieses Glas gepinkelt. Versuch mal. Ob es schmeckt. Isst mit Eis. Es geht auf nichts über ein Glas Weiberpisse. Und wann spritzt du ab? Oder hast du dich schon längst in deinen Strinklanger erleichtert? Willst du mal nachschauen? Könnte muffeln. So leicht. Schwanzmufflig. Vielleicht kannst du es sauber lecken. Machen wir einen Deal. Okay, du leckst erst beim Meer. Alles sauber und trocken. Aber es püffelt. Ein heftiger Muschigeruch? Nein. Mein Popo riecht schnell. Ich könnt ja mal kosten. Ach ja. Ja doch, wär schon geil. Ja, so wie ich das sehe, sind die zwei schon ziemlich versaut. Ich hab sogar eine Pussybürste. Ich hab Kamm für meinen Penis. Viele Haare an der Knolle? Ja, und Schwanz sehr lange Haare. Ja. Meine Schamhaare sind zu dick und dicht wie Draht. Man braucht ein Buschmesser, um sie da unten zurecht zu finden. Hm. Hm. Ich dachte schon über eine Glatze nach. Du könntest mich doch da unten kahl rasieren. Die Haare kannst du als Kissenfüllung verwenden. Oder sogar Stupftabak. Hm. 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 Na, hast Lust bekommen? Das ist doch was. Ich bin schon feucht. Du Sau. Hm. Dann geh mal zu mir. Du Schlampe, schlürf noch was. Pfff.